Schönen guten Morgen, meine Damen und Herren, hier aus dem Handelssaal der Börse Stuttgart. Zu Wochenbeginn hatten wir Gewinnmitnahmen im DAX gesehen. Jetzt am Dienstag wagen sich die Anleger wieder vor. Wir starten am Tag vor der US-Zinsentscheidung mit einem kleinen Plus von 0,4%. Schauen wir kurz auf den Terminkalender. Da steht zum einen der ZEW-Index, also die Stimmung unter den Börsenexperten, den Börsianern, gilt als wichtiger Vorläufer für den IFO-Geschäftsklima-Index, der dann noch später in diesem Monat kommen wird. Die Vorgabenseite, Wall Street hatte sich nach dem Börsenschluss hierzulande kaum noch bewegt. Leicht rot, etwas deutlicher rot, die Nasdaq, die Technologiebörse, kleines Minus von einem halben Prozent. Apple hat die Verluste etwas eingegrenzt, aber immerhin noch ein bisschen mehr als zwei Prozent. Und dann schauen wir noch nach Fernost hier, ein uneinheitliches Bild. Tokio hat sich so gut wie nicht bewegt und der Shanghai Composite leicht im Plus. Jetzt kommen wir zu den Top-Themen des Tages. Schauen wir zunächst einmal bei der Deutschen Bank vorbei. Hier hat man sich im Rechtsstreit um das Thema Euribor mit den USA geeinigt. Man muss 170 Millionen Dollar Strafe bezahlen und das ist vergleichsweise viel. Denn andere Banken, die sich ja auch in diesem Thema getummelt haben, wie Barclays und HSBC, hatten deutlich weniger zahlen müssen. 94 Millionen beziehungsweise 45 Millionen. Und worum geht es? Euribor ist ein Referenzzinssatz, an dem sich viele Geschäfte orientieren, wie zum Beispiel die Zinsen für Kredite. Und den Banken war jetzt vorgeworfen worden, gemeinsam diesen Zinssatz manipuliert zu haben, um bei eigenen Geschäften, bei eigenen Positionen davon zu profitieren. BASF und Syngente haben angeblich Gebote vorgelegt für Teile des Geschäfts von Bayer. Bayer muss ja Anteile verkaufen aus kartellrechtlichen Gründen, bevor die Monsanto-Übernahme durchgeht. Ja, worum geht es? Es geht um die Produktfamilie Liberty Link und das Geschäft mit Baumwollsaaten. All das, Gerüchte, all das sagen Insider. Und wir schauen nochmal auf den Medizinsektor in Richtung USA. Denn in den USA könnten Nachahmerversionen von biotechnisch hergestellten Medikamenten künftig schneller auf den Markt kommen. Das oberste Gericht hat ein entsprechendes Urteil der Vorinstanz aufgehoben. Das hatte nämlich dem Schweizer Pharmakonzern Novartis das Leben schwer gemacht und hatte hier vorübergehend den Verkauf eines sogenannten Biosimilars verhindert. Warum ist das so wichtig? Weil gerade in diesem Bereich Biotech-Nachahmerpräparate dem US-Gesundheitssystem doch kräftige Einsparungen dann eröffnet werden. Wir gucken kurz auf den DAX. Wir starten mit 12.739 Punkten. Ein kleines Plus von 0,4 Prozent. Ist mittlerweile sogar ein bisschen mehr geworden. Dow Jones leichtes Minus, Euro leichtes Minus, Gold leichtes Plus. Italien, das neue Griechenland, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Das ist unser Thema im Interview mit dem Finanzmarktexperten Professor Hendrik Wolf.